Die 5 besten Outdoor-Lautsprecher, unser Vorstellungsvideo Ich bin absolut begeistert von dem Bluetooth-Lautsprecher von WKing. Der Sound ist unglaublich klar und druckvoll mit einem gewaltigen 105 dB Sound, der Bass ist super und die gemischtfarbigen LED-Leuchten sind ein schönes Extra. Ich konnte den Lautsprecher 24 Stunden lang nutzen, ohne ihn aufladen zu müssen. Die USB-Wiedergabe funktioniert perfekt und die Verbindung zu meinem Smartphone war auch ohne Probleme hergestellt. Absolut empfehlenswert. Ein toller Begleiter für unterwegs, der perfekt für jede Party ist. Ich bin sehr zufrieden mit dem JBL Control-1 Lautsprechersystem. Die Satelliten-Lautsprecher sind sehr kompakt und robust, was sie perfekt für den Einsatz im Regal oder auf dem Schreibtisch macht. Der Klang ist hervorragend, mit klaren Höhen und kräftigen Bässen, die für ein breites Spektrum an Musikstilen geeignet sind. Das schwarze Design sieht auch sehr stilvoll und modern aus. Insgesamt würde ich dieses Produkt jedem empfehlen, der auf der Suche nach einem hochwertigen Lautsprechersystem für den Heimgebrauch oder das Home-Studio ist. Ich habe mir diese wasserdichten Marine-Lautsprecher für mein Boot gekauft und bin absolut zufrieden. Die Boxen sind einfach zu montieren und bieten einen klaren und kräftigen Sound, auch bei hoher Lautstärke. Das wasserdichte Gehäuse hat meine Erwartungen übertroffen und ich habe keine Angst, sie auch bei schlechtem Wetter zu nutzen. Die Lautsprecher sind auch in anderen Anwendungsbereichen wie Spa, ATV, UTV und Badezimmer einsetzbar und bieten viel Leistung mit 60 Watt, 120 Watt pro Paar. Ich kann die Lautsprecher jedem Bozen je empfehlen, der Musik auch auf dem Wasser genießen möchte. Ich war auf der Suche nach einem tragbaren Lautsprecher und fand den W-King Bluetooth Lautsprecher online. Ich bin positiv überrascht von der 50 Watt Leistung und dem tiefe Bass. Der EQ ist auch großartig und lässt mich meine Musik anpassen. Der 40H-Akku hält wirklich lange und die Powerbank-Funktion ist auch praktisch. Die Wasserdichtigkeit, die PX6, ist ein Bonus, da ich den Lautsprecher gerne draußen mitnehme. Es gibt viele Funktionen wie Bluetooth 5.0, TF-Karte, NFC und Freisprechen. Der AUX-Eingang macht es auch kompatibel mit Geräten ohne Bluetooth. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Kauf und würde es jedem empfehlen, der auf der Suche nach einem leistungsstarken, tragbaren Lautsprecher ist. Ich habe vor kurzem den W-King Bluetooth Lautsprecher groß gekauft und bin sehr beeindruckt von seiner Leistung. Mit 70 Watt Musikleistung kann er laute und klare Musik abspielen und sorgt dafür, dass meine Outdoor-Partys nie langweilig werden. Der 42-Stunden-Wiedergabemodus sorgt dafür, dass ich die Musik den ganzen Tag ohne Unterbrechung genießen kann. Zusätzlich ist der Lautsprecher IPX6 wasserdicht und verfügt über eine Powerbank-Funktion für das Aufladen meines Telefons. Empfehlenswert für alle, die nach einem hochwertigen und langlebigen Bluetooth-Lautsprecher suchen. Wir sehen uns im nächsten Video.